. Manchmal denke ich, ich bin die Einzige in unserem Viertel, die noch Träume hat. Da kommt die Bildungselite. Ich kann einfach nicht mit Männern, die nicht lesen können. Da kriege ich Angst vor Gasmasprobleme. Die Reue zerreißt mein Herz. Haben Sie vergessen, was dieses Arschloch meiner Familie angetan hat? Halt mal! Ich bräuchte für ein paar Tage mehr Bleibe. Ist nett hier. Ich bin übrigens Felix. Weißt du schon, wie lange du bei uns bleiben möchtest? Nö. Magst du auch? Ich trinke nicht. Bist nur jung, wirst du deine Meinung noch dreimal ändern. Irgendwie hab ich gedacht, dass ihr glückliche Menschen ohne Probleme seid. Kannst mich immer anrufen? Echt? Die ist schon fertig. Wie? Schon fertig? Wie lange soll denn das gehen? Ich glaub, du solltest erst mal mit anderen Frauen weiter üben. Ich hab immer gedacht, dass ich im Kopf schon erwachsen bin. Aber vielleicht stimmt das gar nicht. Willst du mir sagen, dass du mein Sohn heute Nacht ein Jungvater ist? Nee, heute Mittag. Ich hab immer den Knopf geholt. Ja, ich hab immer den Knopf geholt. Und das ist der ganze Zeit. Das ist der ganze Zeit.